Herzlich Willkommen für heute bei der Dunkel D, es geht jetzt weiter. Hier sind wir das letzte Mal stehen geliehen und jetzt heißt es wir Updates bringen. Ich bin gelacht. Wir müssen heute noch ein bisschen schaffen, Level 1 soweit machen, die Technik mal alles funktioniert. Starten und Reset und dann uns um Level 2 kümmern. Und dann gehts los. So, ist das für ein Update. Also ein etwas größeres, ich habe hier ein Level gebaut, das ist so ein bisschen, ja, etwas zu warm machen. Hier auch und dann habe ich ja kommen, ich kann ja auch mal ein bisschen mehr designen. Dann habe ich mal das hier gemacht, weil es sieht ein bisschen komisch aus. Ich kann etwas mit Stein machen und irgendwie nicht das machen. Ich finde aber trotzdem, dass man abkürzen kann, nicht so viel. Man hat das hier gebaut, ey. eigentlich sollt man, ja, hier, der Ton haben wir dann hier und, ja, ne, Leitern und Kopf haben wir ja hier nicht, haben wir aber, die auch ein Erfolg führt, ähm, ja, genau, dass wir viel machen, ja. Und soweit müsste, dass man jetzt bis zu diesen Levels auch tunieren, Leute. Ja. mit dessen wir drücken auf ach komm mal äh, hier gibt es einleitig paar ach so, ich bin relativ, sag gar nicht, warum kann ich denn in Game Mode Survival? hab mir ja Glück gesehen Intelligenz bedeutet, auf jeden Fall muss man hier einen Death-Counter haben ich hab's mal eingetroffen worden nicht, Leute ich hab den Sprung schon mal hingekriegt, das ist ein netter kleiner 4er ja äh, wenn man Jump-in-One-Skills wird es ja noch ein paar gedauert ja, nein oh, ey ich muss ja immer wieder eine neue Sprint-Taste, ich kann den nicht durchdrucken wenn ich aber sterbe, muss ich die loslassen und dann kann ich die weg können na, ist doch alles da möglich da geh hin mal, äh, sonst brauchen wir wirklich ein bisschen, äh Oh, lustig, ich hab den sonst immer Fürstweiger hingekriegt. Ja, okay, bringt sowieso nix unten zu sein, also kann ich auch sein lassen, das auszuschnacken, die schwarze Liege, weil man da unten ist. Achso, wenn wir da unten machen, ganz ehrlich, man kann da unten nichts machen. Oh, come on. Oh, das ist so gedacht, ja. So, und da, Spawn-Feind gesetzt. Und dann kann man, den kann man immer den Block behaupten. Naja. Stimmt. Das ist der Dinger. Und dann genau. Oh. 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 Also, ein größer Feind ist eigentlich, dass ich nicht checke, dass ich die Kasse aktivisieren muss. Und nicht die ganze Zeit durchdrucken kann. Irgendwann haben wir einen Barrier freilich gesetzt, ne? Oh. 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 Ja. Oh. 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 die man erzählen sie hat niemand und dann ja und dann wird man nicht gewählt level 3 aber was ich glaube ich das wasser blick ist weil ich gedacht haben und wir sind genau in level 4 ich habe nicht so doof und über diese weiße maur zu kriegen auch schwarz blöcke jetzt sieht man auch einmal so ist lange auch richtig so und ein neckel hatte folgt ja so ich baue ja hier gerade level 4 und wie man hier sieht und dann kann hier auch die reichen ist das möglichen muss eigentlich ja es ist noch ein bisschen gemeiner ja also ist dahin sind wir gekommen also gemein an dem wir jetzt zu lange wartet ja das war es auch wieder mit von der kleinen session hier wir sehen uns bis nächsten mal und